Moin Leute, ich bin Alex, Personal Trainer aus Hamburg, 28 Jahre alt und seit einigen Monaten im Team Smilodox und seit kurzem auch im Team Neosubs. Ich freue mich dabei zu sein, was mir sehr gefällt an der kurzen, aber bisher coolen Zusammenarbeit, dass das Smilodox eine sehr authentische Brand ist und auch eine sehr entspannte Brand ist. Auch das Zusammenarbeiten ist entspannt. Ich selber habe früher Sport studiert, 2014 bis 2018. Ich habe nebenbei mit dem Personal Training angefangen und irgendwann hatte ich dann überlegt, nach, ich glaube, 4.000, 5.000 Stunden Personal Training zum 1 zu 1 Betreuung. Wie kann ich mehr Menschen erreichen? Und dann habe ich angefangen mit Instagram, mit TikTok, Podcast, irgendwann auch dann YouTube. Und ja, so hat sich das Ganze dann auch ergeben, dass Smilodox dann durch vor allem Kurzvideos auf mich aufmerksam geworden ist. Mit Fitnesstraining habe ich selber 2014 im Fitnessstudio angefangen. Davor hatte ich so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr zu Hause mit Homeworkouts gestartet. Ich war früher richtig, richtig dünn auf einer Körpergröße von 1,81, wog ich ungefähr 62, 64 Kilo. War also fast magersüchtig. Und das war so ein bisschen mit der Hauptgrund, eine der Hauptgründe, warum ich früher mit dem Fitnesstraining angefangen habe. Ich wollte Muskeln aufbauen, ich habe mich nicht wohl gefühlt im Körper. Ich hatte gar kein Selbstvertrauen. Und ja, dann habe ich so die ersten, noch damals Fitness-Youtuber gesehen, Fitness-Influencer, die mich ein bisschen motiviert haben. Und so habe ich dann mit dem Training angefangen. Habe dann über die Jahre bis 2017, 2018 fast 20 Kilo zugenommen. Da war ich dann so 2018 in der Topform meines Lebens. Wog dann auf 1,81. Wir können euch hier auch gleich mal ein Bild einblenden. So circa 84 Kilo. Und dann kam meine Krankheit in meiner Topform 2017, 2018. Und habe mich komplett einmal ausgenockt. Ich habe nämlich eine sehr seltene Krankheit, eine Immunkrankheit. Die nennt sich CVID. Die haben in Deutschland circa 800 bis 1200 Leute. Das heißt, mein Körper stellt selber keine eigenen Abwehrkräfte her. Und diese Krankheit hat mich dann irgendwann eingeholt. Nachdem ich dann mit Training, mein Leben war besser. Ich habe mich besser gefühlt. Ich hatte mehr Selbstvertrauen. Ich habe mich endlich mal sexy im Körper gefühlt. Stärker gefühlt, wie eine Maschine gefühlt. Und dann hat mich irgendwann aber meine Krankheit eingeholt. Wodurch ich dann halt wieder 7, 8 Kilo abgenommen habe. Bis mir dann auch irgendwann über die Fitnessjahre, weshalb ich euch das auch erzähle, bewusst geworden ist, dass wenn meine Gesundheit nicht so ein Level hat, kann ich langfristig auch nicht so ein Fitnesslevel erreichen. Ich wollte meine Anfangstrainingszeit sogar mal in die Bodybuilding-Schiene gehen. Mensphysik war tatsächlich früher sogar mein Ziel in meiner Topphase. Bis ich aber dann halt wirklich irgendwann gemerkt habe, hey, kurz, schnell ein Ziel zu erreichen in einem gewissen Zeitraum ist zwar cool, aber was ist eine langfristige Lösung? Weil was bringt mir das, wenn ich so und so viele Muskeln wieder aufgebaut habe und dann wieder meine Krankheit kommt, wieder abgenommen. Und das ging halt tatsächlich auch mehrere Jahre so. Ich habe immer 3, 4, 5, 6, 7 Kilo zugenommen. Und jedes Mal war ich wieder krank, 3 Monate krank, 3 Monate krank, 6 Monate krank. Und meine längste Sportpause, die ich auch in den letzten, ich glaube, stand jetzt 3, 4 Jahren hatte, waren 1,5 Jahre. 1,5 Jahre kein Sport gemacht. Und da keine Überraschung. Bis dir selber in einer langen Sportpause verliert man halt ganz, ganz viele Muskeln. Kraft sowieso, muss ich auch nicht erzählen. Und ja, deshalb habe ich halt meinen Ansatz von Fitness, wie der sowieso trotzdem noch Leidenschaft beibehalten ist, weil mir damals auch in meiner Phase, wo ich noch gar kein Selbstvertrauen hatte, sehr fast magersüchtig war, mir halt die Kraft gegeben hat. Und dann habe ich halt irgendwann meinen Fokus so ein bisschen verändert auf, Fokus auf Gesundheit. Das heißt, Training ein bisschen so zu optimieren, dass ich nicht immer nur mehr mache, nicht immer nur länger trainiere, nicht immer nur auf das höchste Gewicht gehe, sondern ein bisschen gucke, hey, wie kann man das Fundament ein bisschen optimieren? Das Fundament von langfristig gesund sein. Und darauf aufbauen, dann halt das Fitnesslevel aufbauen. Gerade so Social Media, Instagram, TikTok, YouTube, alles mögliche, aber vor allem auch Instagram, alle sehen so perfekt aus. Jeder stellt sich immer so dar, als ob alles immer richtig gut läuft. Und genau das ist zum Beispiel auch ein Grund wegen meiner Krankheitsstory, die ich hinter mir habe, weshalb ich auf Social Media auch ein bisschen einen anderen Ansatz fahre. Nur wenn ihr langfristig gesund seid, könnt ihr auch langfristig trainieren und langfristig nur eine Topform erreichen. Und das, was halt auch hinzukommt, nicht jeder von euch hat jetzt unbedingt eine Krankheit, aber es gibt viele Sachen im Alltag, gerade jetzt, ich sag mal an, die Alltagssportler, die Sport neben ihrem Alltag machen. Auch vor meiner Fitnessjourney, nenne ich das mal, habe ich auch schon immer Sport gemacht. Aber da bin ich auch immer nur, ich wollte Rekorde im Laufen brechen, habe irgendeinen Schulrekord gebrochen, habe mich für weitere Läufe qualifiziert, aber jedes Mal habe ich dann das Leben ein bisschen auf den Boden zurückgeworfen, weil ich dann nämlich wieder krank war. Und wenn man auf Dauer, ihr kennt das selber, wenn man auf Dauer immer wieder, sorry für die Wortwahl, aber einen in die Fresse bekommt, obwohl man ein richtig motiviertes, sein Ziel hat und durchziehen möchte, dann wird man damit langfristig auch nicht happy, nicht zufrieden. Deswegen habe ich für mich entschieden, dass ich das Fitnessgame einfach sehr langfristig sehe, das Ganze. Und wirklich gucke, hey, wie kann ich ein Fundament aufbauen, dass ich mehrere Jahre dabei bleibe, mehrere Jahre gesund bleibe und dann noch mehrere Jahre vielleicht ein bisschen langsamer vorankomme als andere, aber halt mittel- bis langfristig meine Ziele erreiche und dann nicht immer wieder wie in meiner Vergangenheit zurückgeworfen werde. Und das ist auch das, das ist das, was ich vor allem auch denjenigen empfehlen, die ihren Sport halt wirklich neben dem Alltag machen. Also die sagen, hey, ich will mich ein bisschen fitter fühlen, fitter werden, ich will ein bisschen Muskeln aufbauen. Deswegen habe ich mir zum Ziel gemacht, dass ich euch Fitness so einfach wie möglich auf Social Media erkläre. Also, Ladies and Gentlemen, bleibt am Ball, auch wenn ihr mal eine Phase habt in eurem Leben, wo es mit Fitness, mit Training, mit dem ganzen Krams einfach nicht gut läuft, schaut ein bisschen, was könnt ihr dann stattdessen machen. Versucht euch auch mal ein bisschen, nicht so Stress zu machen mit dem ganzen perfekten Fitnessgame, wie man es halt immer sieht. Gebt Gas, macht das, was ihr könnt. Und dann gibt es eine Phase, dann läuft es wieder besser und eine Phase läuft schlechter. Aber ihr werdet langfristig eure Ziele erreichen. Dafür ist Team Smilodogs auch da, dafür bin ich auch da. Und in diesem Sinne, gebt Gas, bis bald, haut rein. Ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.